Herzlich Willkommen zu diesem Video und in diesem Video geht es um den Entzünde Dein Feuer Kurs und Hörbuch von Dave Brüch. Und ja, Dave sagt dir sicher was, er hat ja den 5 Ideen YouTube Kanal gegründet und beschäftigt sich eben extrem mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, er gibt dir auf seinem YouTube Kanal, da kannst du gerne vorbeischauen, 5 Ideen, seine wichtigsten Learnings aus diesen Büchern mit. Und ja, durch das das Dave so extrem viel lest und sich so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, hat er in diesem Bereich ein enormes Wissen. Und dieses Wissen gibt er dir weiter im Entzünde Dein Feuer Videokurs und Hörbuch. Und ja, bevor ich hier weiterrede, wir schauen hier einfach direkt mal rein, was Dave dazu zu sagen hat. Du lebst im Informationszeitalter. Wissen ist nicht das Problem. Internet, Bücher, YouTube, Podcasts, whatever. Du findest einfach alles, was du suchst. Du suchst irgendeine Erklärung, irgendeinen Begriff, du findest es sofort. Nur ein paar Klicks. Du kannst dir alles reinziehen. Du kannst dir stundenlang Videos reinziehen. Du kannst dir stundenlang Podcasts reinziehen. Seitenweise Artikel lesen. Aber das Entscheidende ist, dass du etwas draus machst. Und deshalb arbeite ich zur Zeit an meinem nächsten Buch. Es heißt Fang an. Das ist hier meine Ideensammlung, wo ich die Ideen für das Buch schon gesammelt habe. Das Buch wird bald kommen. Aber ich weiß, dass viele das Feuer verlieren. Das Feuer, die Leidenschaft, die Motivation. Du hast eine Idee, du willst was machen. Aber dann ist das mit Strapazen verbunden. Vielleicht auch mit Rückschlägen verbunden. Und das löschst dein Feuer auf dem Weg zum Ziel. Nur die Erfolgreichen können diesen Weg weiter beschreiten und sich weiter motivieren. Konstant das Feuer neu entfachen. Ja, ich möchte hier gar nicht zu viel verraten. Du siehst es ja, wenn du über den Link, also wenn du auf den Link unter meinem Video klickst, dann siehst du das komplette Video von Dave. Dann kannst du dir das ansehen. Und ja, du legst eben mit diesem Entzünde dein Feuer Videokurs und Hörbuch einfach deinen Grundstein für ein erfolgreiches Leben. Und das ist es eben genau. Entzünde dein Feuer, der Name ist nicht umsonst. Denn du musst richtig brennen für dein Ziel, damit du das Ganze erreichst. Damit du quasi zum Ziel getragen wirst. Und wir schauen hier einfach direkt mal in den Kurs rein. Und bevor ich es vergesse, du bekommst natürlich eine Bonuskiste dazu, wie immer. Und zwar, wenn du dir den Entzünde dein Feuer Videokurs und das Hörbuch über den Link unter meinem Video sicherst, bekommst du von mir dazu die Erfolgsssecrets. Und in den Erfolgsssecrets hast du nochmal die wichtigsten Learnings im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung alle aufgearbeitet, alle zusammengeschrieben. Das ist nochmal das Wichtigste dabei. Das heißt, hier ist wirklich nach dem Pareto-Prinzip die Essenz der Persönlichkeitsentwicklung zusammengefasst. Das, was wirklich am wichtigsten ist, kostet normalerweise 147 Euro. In diesem Fall bekommst du es aber in der Bonuskiste, wenn du dir den Kurs Entzünde dein Feuer von Dave über den Link unter meinem Video sicherst, kostenlos. Schick mir dazu einfach eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com und ich schalte dir den Kurs frei. Zusätzlich bekommst du dazu, damit du direkt losstarten kannst, damit du direkt ins Geldverdienen kommst, den Traffic-Booster, in dem ich dir zeige, wie du erfolgreiches Online-Marketing betreiben kannst. Und zwar zeige ich dir hier, wie du mithilfe von Facebook-Ads und Google-Adwords-Anzeigen Geld verdienen kannst. Das heißt, du kannst hier Werbungen auf zum Beispiel Affiliate-Produkte schalten und kannst so zusätzlich Geld verdienen. Kostet normalerweise auf Digistore 197 Euro, da kannst du dir den kaufen. Wenn du dir aber den Kurs Entzünde dein Feuer von Dave holst, bekommst du diesen kostenlos in der Bonuskiste dazu. Gut, dann schauen wir direkt in den Mitgliederbereich und so sieht das Ganze aus. Mitgliederbereich wurde mit Teachable aufgesetzt, das sieht sehr schön aus und hier fängt es direkt an mit den entzündeten Feuer-Videoimpulsen, die dich brennen lassen. Und ja, das ist wortwörtlich so, Dave kann das extrem gut. Du solltest dir am besten jeden Tag so ein Video von ihm anhören, damit du deine Passion nicht verlierst. Und wir schauen hier einfach direkt mal rein. Du willst mehr? Schauen wir einfach kurz ins Video rein, dann siehst du, was sich hier erwartet. Du hättest gerne mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Zeit für deine Familie oder einfach mehr Freizeit, die du selbst gestalten kannst. Vielleicht möchtest du auch dich beruflich weiterentwickeln oder strebst nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt. Deshalb beschäftigst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist Mindset für dich ein großes Thema. Erfolg ist Kopfsache. Deshalb habe ich das Buch geschrieben, Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Du kennst mich vielleicht vom 5-Ideen-Kanal auf YouTube, vom 5-Ideen-Podcast oder von meinem Buch, Kopf schlägt Potenzial. Mittlerweile über 3000 Mal verkauft. Ich freue mich, dass du diesen Schritt gegangen bist, denn die meisten tun das nicht. Du weißt du, die meisten da draußen, die auch solche Inhalte überhaupt konsumieren, gehen nicht in die Umsetzung. Unser heutiges Problem ist nicht das Wissen, ist nicht das Material, nicht die Bücher. Wir leben im Zeitalter des Internets. Wir sind geflutet von so vielen Informationen. Wir können uns 24-7 YouTube-Videos... Ja, das erklärt Dave ja hier bereits sehr gut. Ich möchte hier gar nicht zu viel verraten. Du siehst ja dann alles im Kurs direkt. Ich möchte natürlich jetzt hier nicht das ganze Video abspielen. Dave erklärt es hier bereits sehr gut. Es geht eben darum, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Wir haben alle Informationen. Nur umsetzen tun sie die wenigsten. Deswegen sind die meisten eben nicht erfolgreich und wenige extrem erfolgreich. Und genau darum geht es. Damit du lernst, wie du dein Feuer entzündest, damit du zu den Erfolgreichen gehörst. Dann geht es hier weiter im zweiten Video. Keine Angst vor großen Zielen. Warum du deine Ziele extrem hochstecken solltest. Und wenn du dabei ein komisches Gefühl bekommst, dann solltest du definitiv daran arbeiten. Denn du solltest deine Ziele extrem großstecken. Und wie das Ganze funktioniert und wie du auch deine inneren Blockaden bei solchen großen Zielen löst, zeigte Dave im zweiten Video. Dann geht es hier, welcher Umsetzungstyp bist du? Von Dave wird dir hier eben erklärt, welche verschiedenen Umsetzungstypen es gibt. Und das finde ich eben extrem geil. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Verschiedene Umsetzungstypen. Das heißt, du kannst dich hier einkategorisieren. Und es ist nicht jeder Mensch gleich. Dadurch kannst du dich hier als ein bestimmter Umsetzungstyp einkategorisieren. Und dann nach diesen Vorgaben vorgehen. Und deine Umsetzung etwas anderes gestalten, als jetzt ein anderer Typ das machen würde. Dann Video 4. Brenne für deine Leidenschaft. Leidenschaft ist ein 13-minütiges Video. Und wie der Name bereits sagt, warum solltest du für deine Leidenschaft brennen? Wir schauen hier einfach mal kurz rein. Wenn du dich daran erinnerst, wie es war, als du angefangen hast, in die Disco zu gehen. Vielleicht so mit 16, 17 Jahren. Da hat deine Mutter zu dir gesagt, pass auf, nicht zu nah an die Boxen. Das ist immer so laut. Davon gehen die Ohren kaputt. Beim Konzert, pass auf. Bei den Boxen, davon gehen die Ohren kaputt. Immer diese lauten Popkonzerte, immer diese lauten Konzerte, immer diese lauten Disco-Besuche. Man ist früher davon ausgegangen, dass das Ohr funktioniert wie ein Schleifstein. Und wenn man einen Schleifstein benutzt, dann nutzt er sich ab und geht kaputt. Aber ist das so? Es gab ja eine Untersuchung vor etlichen Jahren bei der Tonmeistertagung. Ja, du siehst hier bereits. Die Videos sind extrem interessant gestaltet. Dave erzählt dir hier eben verschiedene Storys und diese Storys fesseln sehr. Dann geht es hier weiter mit dem Entzündetenfeuer-Hörbuch. Und das ist eben extrem wichtig. Ich würde dir hier empfehlen, dass du diese MP3-Dateien runterlädst und das jeden Tag hörst. Denn, wie gesagt, es ist in unserer Informationsgesellschaft nicht das Fehlen der Informationen. Die Informationen hast du alle. Es geht darum, dass du in die Umsetzung kommst. Und dabei hilft dir Dave eben extrem, wenn du dir einfach jeden Tag eine MP3-Datei anhörst. Dann kommen wir hier weiter zu Kapitel 1, Entscheidungen, 10 Wochen vorher Hörbuch. Das wird eben nach kurzer Zeit freigeschalten. Da geht es eben um die Entscheidungen. Warum solltest du Entscheidungen treffen und diese dann auch durchziehen, um dich nicht selbst zu belügen. Kapitel 2, Fokus, 10 Wochen vorher Hörbuch. Und ja, hier geht es dann eben um den Fokus. Wenn du dein Ding gefunden hast, solltest du dich hundertprozentig darauf fokussieren und nicht 10 andere Sachen gleichzeitig machen, um wirklich erfolgreich zu werden. Wie gesagt, ich kann den Entzünder dein Feuer extrem empfehlen. Ich mache es so, dass ich mir diese MP3-Dateien alle heruntergeladen habe und ich höre die jeden Tag. Und somit werde ich immer daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Und wenn du dir ein digitales Umfeld schaffst, das ist genau so, wie wenn du dir, ja, wie dein echtes Umfeld. Und wenn du dir dein richtiges digitales Umfeld schaffst und dich mit solchen Leuten beschäftigst, dann wirst du unterbewusst automatisch auch so. Und kommst in die Umsetzung, kannst deine Ziele erreichen und so weiter. Kann ich sehr empfehlen, Entzünder dein Feuer, Hörbuch und Videokurs. Du kannst dir das Ganze über den Link unter meinem Video sichern und erhältst zusätzlich dazu meinen Videokurs, den Traffic Booster im Wert von 197 Euro. Wie gesagt, da zeige ich dir, wie du Facebook, Werbeanzeigen und Google AdWords Anzeigen schaltest. Und zusätzlich bekommst du dazu die Erfolg Secrets, wo die wichtigsten Learnings zum Thema Persönlichkeitsentwicklung drinnen sind. Ist auch in der Bonuskiste dabei, kostet normalerweise 147 Euro. Das heißt, du hast hier nochmal einen extremen Zusatzwert, wenn du dir den Kurs über den Link unter meinem Video sicherst. Habe ich dir den Link platziert, kaufe über diesen Link, schicke mir dann eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com und ich schalte dir beide Kurse frei. Super, danke, ciao.